Ravensburger Puzzle & App Games verbindet Puzzlespaß und digitales Spieleerlebnis. Nach dem Puzzlen geht es jetzt in die neue Dimension. Einfach die kostenlose App downloaden und schon geht's los. Du hast jeweils drei Spiele zur Auswahl. Mit der Panorama-Funktion zum Beispiel tauchst du in die Welt der Dinosaurier ein und erhältst spannende Informationen. Der Archäopteryx gilt als Übergangsform vom Dinosaurier zum heutigen Vogel. Ravensburger Puzzle & App Games. Puzzlespaß und digitales Spieleerlebnis für Kinder ab sechs Jahren.